Ist das nicht der nutzlose Angler? Dem wir immer ansprechen und der keine Infos hat? Nee, fett. Was machen Sie denn in diesem Schalenabglanz einstiger Pracht? Wir gehen der sogenannten Muckimaus der Gerechtigkeit nach. Redman, haben Sie ihn schon mal getroffen? Noch nie, ich habe bisher nur den Namen gehört. Oh, wie schade. Jetzt lassen Sie mich mal was fragen. Haben Sie schon von Bolin Man gehört, der als Relikt der Vergangenheit hier für die Ewigkeit in Metall gegossen würde? Der Bolin Man? Meinen Sie die Statue? Natürlich. Vor langen Jahren wachte der Bolin Man über diese Gegend hier. Er schaute dabei zu, wie Vermögen gemacht wurde und wieder verloren wurde. Natürlich nannte man ihn nicht immer so. Doch weil sein Platz hier im Boling Green war, gaben ihm die Leute diesen Namen. Was mich an ihm stört, ist seine Größe. Ist es nicht ein bisschen zu pompös für diesen Park? Das liegt am Zahn der Zeit. Wissen Sie, früher einmal hat diese Gegend genauso pompös ausgesehen. Doch jetzt sind davon nur noch diese Statue über und die Erinnerungen an die Menschen. Ich verstehe. Er wurde also zu einer Zeit errichtet, als es diesem Viertel wesentlich besser ging. Nun, das erklärt es. Das ist schon traurig, oder nicht? Naja, eigentlich nicht. Keine Hinweismünzen? Hier vielleicht eine? Nein. Das Kind hat ein Rätsel für uns. Verrückt. Wohnst du in der Nähe? Jupp, gleich da drüben. Ich komme andauernd in den Park. Also zu dieser Statue, weil sonst ist ja nichts da. Dein Kostüm gefällt mir sehr gut. Magst du Superhelden? Superhelden sind das Größte. Sie haben vor gar nichts Angst. Das stimmt. Sie sind einfach famos, nicht wahr? Sie mögen auch Superhelden? Mein Liebling ist Redman. Er ist der Beste. Er ist stärker als alle anderen. Ich würde wetten, dass er sogar dieses Ding besiegen könnte. Welches Ding? Das Ding aus dem Sumpf? Kernkrieg. Ein fieses Blockmonster ist aufgetaucht. Oh nein. Du kannst das Monster besiegen, indem du alle Blöcke zerstörst, aber dabei kannst du nur Kernblöcke angreifen. Nimm du einen Kernblock, einen Block mit einer leuchtenroten Kugel auswählst, werden dieser Block sowie die Blöcke um ihn herum, auf die die Pfeile zeigen, zerstört. Zerstört man... Zerstöre alle Blöcke, um die armen Küken zu befreien. Was sind jetzt für Küken? Ach so, hier unten. Okay. Ähm... Und... Also... Bewegt sich hier dann was, oder... Also wir müssen das schon einfach so in Reihenfolge machen, dass wir einfach keinen Kernblock zerstören, oder? Das ist doch der Deal. Und dann ist das doch alles easy peasy. Wir können also Schluss folgern. Zum Glück habe ich das richtig gemacht. Und das gab 45 Pikarat? Okay. So, das Gute besiegt mal wieder das Böse. Wow, das war erstaunlich. Sie sind ja auch ein Superheld. Ich... Ich glaube aber nicht, dass Redman wirklich gegen Monster kämpft, oder? Und? Er könnte aber. Und ich wette, dann würde er auch gewinnen. Du klingst ja wie die absolute Nummer 1 der Redman... Ähm, guck, falsche Stimme. Du klingst ja wie die absolute Nummer 1 der Redman-Fans. Das bin ich. Niemand mag Redman mehr als ich. Und meine Mama hat mir auch diesen coolen Anzug besorgt. Ich würde wetten, sie haben kein Redman-Kostüm. Äh, nein? Äh, hast du Redman denn schon mal gesehen? Oder hat er dir sogar schon mal geholfen? So ein Quatsch. Redman kommt doch nur nachts raus. Da bin ich immer schon im Bett. Das freut mich für dich. Ähm, äh... Auf jeden Fall muss ich jetzt los, sonst wird meine Mama böse. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Seht mal, der Kerl da drüben starrt uns an. Mir gefällt ganz und gar nicht, wie der aussieht. Ach, gut. Gehen wir rüber und stellen ihm ein paar Fragen. Ich... Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Miss Layden. Er könnte gefährlich sein. Wir werden die gesuchten Informationen nie bekommen, wenn wir uns vor allem fürchten, Ernest. Auf jetzt! Äh... Okay, ist der Hinweis jetzt, dass er nur nachts rauskommt? Toll. Der müsste jetzt eigentlich genauso sprechen wie der, der, der andere Hund. Aber er spricht gar nicht, er läuft weg. Er läuft weg! Hm, verdächtig. Er scheint uns ja absichtlich auszuweichen. Sollen wir versuchen, ihn uns zu schnappen, Kat? Natürlich, jetzt müssen wir ihn fragen, warum er vor uns weggelaufen ist. Er ist dort die Straße heruntergelaufen. Alles klar, ihm nach. Kommt schon, ihr beiden! Okay. Ein heruntergekommenes Viertel in London, das man am besten meiden sollte. Ja, das wissen wir doch. Wir sind doch nur eine Straße weitergegangen. Es... Also, so stelle ich mir aber auch Straßen in Innsmouth vor. Ich habe den Eindruck, in Ballin Hill glaubt man nicht an Straßenbeleuchtung. Nein, anscheinend nicht. Die meisten anderen Teile der Stadt sind per Nacht ja hervorragend ausgeleuchtet. Und schau dir den ganzen Müll an. Ich fürchte, die Gerüchte sind wahr, dass das hier ganz und gar keine gute Gegend ist. Hast du etwa Angst, Ernest? Nun, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, ich bin nur vorsichtig. Wollen wir wirklich Leute anhalten und ihnen Fragen stellen, Miss? Auf jeden Fall. Schließlich sagen uns doch alle, dass Redman sich meistens in dieser Gegend herumtreibt. Also haben wir hier auch die besten Chancen, jemanden zu finden, der ihn getroffen hat, oder nicht? Ja, der ganze Müll, der hier herumliegt. Eine Zeitung und da hat jemand schon mal sein Pfand nach draußen gestellt. Uff, ist ja richtig schmutzig hier. Damn. Hatte er einen Seemann-Akzent? Hatte er einen französischen Akzent? Hatte er einen französischen Seemann-Akzent? Ich weiß es nicht. Er kriegt jetzt den Seemann. Entschuldigen Sie bitte, ich belästige Sie nur ungern, aber wir suchen Leute, die Redman gesehen haben. Oh, Redman sagen Sie. Warum kriegst du jetzt den Cowboy? Den wollte ich nicht. Ah, Redman sagen Sie, Jungchen, ja? Oh, ah, den hat man im Bowling Hill schon oft gesehen. Schon oft? Wirklich? Na, aber klar doch. Na, einmal hat er mir sogar geholfen, wissen Sie? Wir würden gerne mehr darüber erfahren, wenn das möglich wäre. Oh, das lässt sich machen, Miss. Es muss inzwischen wohl sechs Monate her sein. Alter. Halt! Komm zurück, du kleiner Knurrhorn. Gib das wieder her. Tja, was bringt das schon? Er ist zu schnell für mich. Wo bleibt die Hilfe, wenn man sie wirklich brauchen könnte, hä? Aus dem Untergrund steigt er wie ein Tier. Schurken und Bösewichte verschütten ihr Bier. Die Muckimaus der Gerechtigkeit ist hier. Nanananananananananananananananananana Redman, Redman, Redman. Nichts entgeht meinen scharfen Ohren. Ich hörte die Rufe, ich hörte Rumoren. Welches Übel hat hier denn nichts verloren? Oh, Redman, das ist ja wirklich kaum zu glauben. Diese Abgebrühtheit dabei. Oh, Redman, das ist ja wirklich kaum zu glauben. Oh, schön. Wie er auch total unimpressed, da steht so... Hm, nun. Ja nun, ne? Ich stand zwei Stunden an dafür. Echt jetzt? Zwei Stunden, um mir dieses Spezial-Sandwich zu kaufen. Und dann kommt dieser freche Köder und schnappt es mir einfach aus der Hand. Was für ein Desaster, was für ein Dreck. Aber Redman macht das schnell wieder weg. Ich erwische den Dieb des Snacks. Kill me. Halt sofort an, du Hündchen. Aha, die Gerechtigkeit siegt auch heute. Die Töle gibt sie auf, ihre Beute. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie sowas macht. Und ich habe keinen einzigen Schlag angebracht. Wenn er Hunde schlagen würde, wäre er auch ein bisschen... Weird, aber okay. Die Gerechtigkeit trägt den Sieg davon und Redman braucht keinen anderen Lohn. Oh, Gott sei Dank für Redman. Sie sind ein echt dofter Typ. Oh, ja. Ha, 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 ha. Alter. Wie diese Stimme halt überhaupt nicht zu einem Typen passt. Wie er halt ultra der Schrank ist. Und halt einfach klingt, als wäre er gerade frisch aus Hamburg. Und so hat es sich zugetragen. Ich bekam mein kostbaren Leckerbissen zurück. Und das hatte ich nur Redman zu verdanken. Ich wusste ja gar nicht, dass Redman den Leuten auch bei Sandwich-Zwischenfällen hilft. Redman hilft jedem, der Hilfe braucht. Nur hat ihn in letzter Zeit niemand mehr gesehen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was ihm zugestoßen sein mag. Also selbst hier in Bowling Hill hat man Redman eine Weile nicht gesehen. Oh, aber ich habe hier in der Gegend auch schon andere berühmte Leute gesehen. Wirklich? Wen zum Beispiel? Na, zum Beispiel dieser stinkende reiche Knüch mit der Brille. Wie heißt er noch? Ach, das war's. Khan. Robert Khan. Sie meinen, dass Sie Mr. Khan hier in Bowling Hill gesehen haben? Oi. Oh, sicher. Oi. Oh Gott. Wie würde der sicher doch sagen? Sicher doch. Oh. Oh, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was so ein Jungchen hier zu schaffen hat. Das kann ich auch nicht, aber ich frage mich, warum er wohl so oft herkommt. Keine Ahnung, aber ich würde ihn gern mal fragen. Ja, ähm, nun, jedenfalls haben wir bestätigen können, dass Redman in den letzten Monaten auch nicht mehr hier gesichtet wurde. Hm, lasst uns mal überlegen. Wie machen wir jetzt weiter? Er ist dieser Typ, der vor uns weggelaufen ist. Es wirkt fast, als ob er uns ausspionieren würde. Dann steht nicht einfach so rum. Ihm nach. Er läuft doch jetzt wieder weg, oder? Ja. Er ist wieder einfach verschwunden. Ich glaube, er ist da die Straße runter. Sollen, sollen wir ihn weiterverfolgen, Miss? Natürlich. Wir können ihn ja nicht einfach entkommen lassen, oder? Ja, aber wir haben vielleicht noch, äh, für zwei blaue Mana einen nordischen Akzent zu spielen, nicht? Wir haben hier vielleicht noch Dialog. Es ist ungefähr sechs Monate her, dass Redman zu meiner Rettung kam. Ich hatte gehofft, ihm mal wieder zu begegnen, damit ich mich bei ihm bedanken kann. Aber er ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe hier in der Gegend auch schon andere... Wir haben hier noch gar nichts gefunden. Wir hatten hier noch kein Rätsel. Keine Münzen. Keine versteckten Objekte. Nix. Ich wette, Redman hat sich einfach in diesem Loch verkrochen. Es muss einfach so sein. Es gibt keine andere Option. Ha, ein Rätsel. Ziemlich schwierig, das Schild im Dunkeln zu lesen, oder? Wir bräuchten hier ein Neonschild. Das würde man meilenweit sehen. Neon? Oh, da muss ich an ein Rätsel denken. Ich muss mich vor allem an das hinsetzen. Alter, viel... Oh, Schmerz. Wir haben hier einige Neonschilder. Eins der drei Schilder ist nicht eingeschaltet. Auf jedem Schild sind zwei Buchstaben, die in einer einheitlichen Weise aufgereiht sind. Welcher Buchstabe steht auf dem dritten Schild? Gib die Buchstaben in die beiden Kästchen ein. Moment, was? Wir suchen einen Buchstaben... Was? Ach so, zwei Buchstaben. Okay. Welche Buchstaben stehen auf dem dritten Schild? Okay. Eins der drei Schilder ist nicht eingeschaltet. Auf jedem Schild sind zwei Buchstaben, die in einer einheitlichen Weise aufgereiht sind. Ja, okay. Es sind G und H. Got it. Es sind halt Buchstaben direkt aneinandergepappt. Hier ist es halt ein C und ein D. Und das hier ist halt ein E und ein F. Und alphabetisch kommen dann halt G und H. Nein, das kann ich natürlich nicht. Denn ich bin nur ein bescheidener Bauernjunge. Alter. Tolles Schild. Eigentlich ist dieses Schild hier perfekt geeignet für die Gassen von Bowlin Hill. Ich möchte übrigens erwähnen, dass der Laden CDEFG heißt. Äh, CDEFGH. Vielleicht ist es ein Musikladen. Aber dann würde das A fehlen. Das A würde in der Tonleiter fehlen. Dammit. Schade. Ich habe versucht, irgendwie Sinn da hineinzureden. Nein. Ja, Neon wäre für so einen Ort vielleicht ein wenig übertrieben. Ist es ein Bücherladen? Nein, es ist ein Klamottenladen. Aber vielleicht verkaufen sie Anzüge in den Größen CDEF und GH. Wer weiß das schon. Ich weiß noch nicht, ob ich es herausfinden möchte. Was haben wir hier noch? Der Laden hat sogar noch offen. Crazy. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Hügel zum Park hoch. Hier gibt es offenbar Kekse, äh, Keks im Kuchen gibt es da, würde ich sagen. Da ist noch ein Münzchen. Was war hier? Kein sehr einladender Ort. Ist sehr schlicht. Fast schon trist. Ja, gut. Kann man jetzt so oder so sehen. Noch eine Hinweismünze. Wir haben vor lange kein Sammlerobjekt mehr gehabt. Aber gut, ich würde sagen... Wir laufen mal dem Typen nach. Das ist eine Sackgasse. Eine dunkle Sackgasse. Ihr habt mit Sicherheit kein Ort für jemanden wie Sie. Sie haben hier in der Gegend nichts verloren, Lady. Wenn Sie nicht Ihr hübsches... Nicht, wenn Sie Ihr hübsches Gesicht behalten wollen, klar? Pass auf, Cat. Der riecht mächtig nach Ärger. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Eine englische Gentlewoman hört nicht auf so lächerliche Drohungen. Sie meinen wohl, Sie wären hart, was? Lauf, solange du noch kannst, Miss Layton. Ich kümmere mich um diesen Schläger. Ja, natürlich. Natürlich tust du das. Haben Sie einen Ritter in strahlender Rüstung, Prinzessin? Ich glaube, ich mache mir gleich in die Hose. Aber alles klar. Wenn Sie Ihrer holden Maite einen Gefallen tun wollen, dann schauen Sie doch mal, ob Sie dieses Rätsel herknacken können. Na klar. Der Random Schläger, der aussieht wie ein Punk, weil Punks immer böse sind, wie wir wissen, hat ein Rätsel für uns. Na klar. Die Tiere sind zusammengekommen und haben etwas zusammengezählt, was in ihren Namen steckt. Der Frosch hat eins davon, der Vogel und der Hase haben jeweils zwei. Wie viele hat der Drache? Tippt die Kiste. Ach so, tippt die Kiste, um die Zahl einzugeben. Ähm... Oh, okay. Ja, es sind halt eingeschlossene Teile. Und der Drache hat drei. Nein, ist es nicht. Dann müsste der Frog nur eins haben. Never mind. Ja, sonst würde es total passen. Halt Bird mit vier, Rabbit mit fünf. Weil das A ist offen. Dang it. Ähm... Der Frosch hat... Also im Deutschen ist es auch anders. Der Frosch hat eins, Vogel und der Hase haben zwei. Sind es Vokale? Nein, kann es nicht sein. Also im Deutschen, ja. Der Frosch hat einen Vokal, Vogel und Hase haben zwei Vokale. Aber das passt mit dem Englischen halt so gar nicht. The hell? Von was steckt denn in dem Wort Frosch eins und in Frog eins und in Bird vier? Ich fand meine Idee mit den geschlossenen Bereichen eigentlich voll gut. Aber sowas hatten wir auch schon mal, oder? Ich umlege die ganze Zeit, ob es irgendwie was mit geraden oder gebogenen Linien zu tun hat, aber... Etwas zusammengezählt, was in ihren Namen vorkommt. Die inneren Halbkreise, also meine Idee nur ohne das O. Dann hat... Achso, ja gut, das D ist natürlich auch ein Halbkreis. Möglich. Dann hätte der Drachen zwei. Also halt das D und das R. Das dann... Also ja, das... Ergibt Sinn, aber das ist halt schon sehr weit hergeholt, oder? Also das ist schon so... Weiß ich halt nicht. Es geht um die Anzahl der D-Formen. Und they all want the D. Ja, es ist halt schon sehr random, oder? Aber okay. Ja, nicht schlecht, Kumpel. Nicht schlecht. So ein Rätsel ist kein Stolperstein für mich. Nicht, wenn Miss Latents Sicherheit auf dem Spiel steht. Ah, da hält sich wohl wer für extra fein, was? Wagen Sie es ja nicht auch, nur einen Finger an Miss Latent zu legen. Sie schrecklicher Schurke. Ja, da habe ich mir wohl ganz umsonst Sorgen gemacht, was? Wenn Sie so selbstsicher sind. Äh, äh, was? Ist das gerade richtig gelesen? Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich schätze, Sie sind also eines von diesen Bandenmitgliedern, die gedroht haben, die Leute hier auszurauben? Was? Ich? Nee, sowas mache ich nicht mehr. Ich wollte Ihnen gar keine Kohle abknüpfen, falls Sie das denken. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie mal lieber nach Hause gehen. Klar, wenn es dunkel wird, ist hier nicht mehr sicher. Äh, was? Sie wollten uns gar nicht bedrohen? Tja, das ist, äh, aber anders angekommen. Klingt, als ob er gar nicht so schlimm wäre, dieser Kerl. Vielleicht ist er ja nur missverstanden. Ah, schicker Hund. Ja, richtig knuffig. Komm mal her, Junge. Dann streichle ich dich. Oh, da hast du richtig Glück schon. Er will dich mal streicheln. Wahrscheinlich erschreckt er mich dabei auch noch zu Tode. Ja, wer auch immer. Ich bin Ira. Bowling Hill ist meine Heimat. In dem Fall schätze ich, dass sie wohl... Was? Hat er nicht gerade gesagt, dass das seine Heimat ist? Oder habe ich mich verlesen? Er hat doch gerade gesagt, das ist seine Heimat, oder? Hat er gerade legit gesagt, er wohnt hier? Warum schätzt sie jetzt, dass er nichts über Redman weiß? Äh, Redman? Ja, natürlich kenne ich Redman. Es war Redman, der mich zurechtgerüttelt hat. Wegen ihm mache ich nicht mehr alle fertig. Erzählen Sie uns doch bitte, was passiert ist. Alles klar. Es muss wohl... Wie lange mag das her gewesen sein? So drei Monate. Irgendwie sowas. Gibt Frieden eine Scha- Na schön, Pilzkopf. Her mit der Brieftasche. Halt, du Schuft. Was? Wer bist denn du? Hey! Null! Bäh! Oh! Oh, wow! Redman, halt immer! Ganz fester Bruch! Oh, wow! Was für ein Slogan. Ich, ähm... Oh, boy. Äh... Äh... Der Boden erwies sich doch als hart? Tja, das hast du nun von deiner Lebensart. Vom Verbrecherleben kriegt man nicht nur einen Kater. Du tust anderen weh damit, wie etwa deinem Vater. Was sagst du da an einem Wehtun? Was soll denn dit bedeuten? Deine Eltern sind gemeint, mein Freund. Deren Leid hast du wohl ganz versäumt. Äh, Eltern, hä? Ich, äh, ich schätze, sie machen... Sie machen sie wohl wirklich Sorgen um mich. Du brauchst nur ein Pflaster für deine Wunden, aber das Herz deiner El... Die Herzen deiner Eltern sind nicht so schnell verbunden. Werde endlich ehrlich, denn sonst leben sie gefährlich. Ehrlich werden? Äh, ich weiß nicht. Ich bin schon zu weit hier gegangen. Es ist zu spät. Niemals. Die Rettung der blutenden Herzen kommt noch in Fahrt, wenn du versuchst einen neuen Start. Es steht viel auf dem Spiel, also such dir ein neues Lebensziel. Alles klar, hör bitte nur einfach auf mit dem Reimen, okay? Ich tue es ja schon, ich tue es ja schon. Junge, ich weiß, du wirst das schaffen. Doch jetzt schwinge ich mich davon wie die Affen. Äh, wo willst du nur hin, Redman? Heute Nacht wird Geschichte geschrieben, das größte Ereignis in meinem Leben. Sowas hat es noch nie gegeben. Einen guten Abend wünsche ich dir, aber das war's jetzt für mich hier. Redman! Komm zurück! Ja, und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Es war mein letzter Blick auf ihn und er hatte einen wirklich entschlossenen Gesichtsausdruck. Ich schätze, er wollte sich mit den Jansiosen anlegen. Er wollte die echt schweren Jungs platt machen, wenn er mich fragt. Aber trägt Redman denn nicht eine Maske? Wie konnten sie denn dann seinen Gesichtsausdruck erkennen? Und wen genau meinen sie mit den echt schweren Jungs? Ah, ihr wisst doch, von wem ich rede, oder? Ihr, ihr wisst schon. Alle Superhelden haben doch einen Erzfeind, oder? Das weiß doch jeder. Auf jeden Fall hat Redman mich zurechtgerückt. Erstmal versuche ich auch jetzt alles zu tun, was ich kann, um es sehr sicherer zu machen. Genau wie Redman hier tanert. Hm. Wenn das vor ungefähr drei Monaten war, dann... war das die Zeit, in der Redman verschwunden ist, oder? Vielleicht können wir hier irgendwo einen Hinweis darauf finden, warum er verschwunden ist. Setzen wir unsere Ermittlungen noch etwas fort. Oh boy. Ich weiß nicht, ob ich meine Ermittlungen heute noch fortsetzen will. Kommt denn er jetzt her? Ach komm, jetzt haben wir beide mit der Berliner Spieke hier. Das ist ja unpassend. Na, Sasrum. Was hat Ruffo McDogface zu sagen? Oh, ist das nicht der Streuner, mit dem du dich vorhin angefreundet hast, Joel? Ja, da hast du recht, Nadelstreifen. Dein ganz schön großes Revier, was? Warum fragst du ihn nicht, ob er etwas über Redman weiß? Schon gut, schon gut. Ich wusste, dass er mir deswegen noch auf die Pfoten steigt. Hey da, Fellnase. Hätte nicht gerechnet, in dieser Gegend über dich zu stolpern. Schnüffelst den Hinweisen hinterher, was? Oh, sowas in der Art. Eigentlich sind wir einem Superhelden namens Redman auf der Spur. Hast du schon von ihm gehört? Redman? Ja, dieser schräge Typ mit der Mäusemaske, hä? Oh ja, den kenn ich. Dieses Unicefer hat mir mal richtig Feuer unterm Hintern gemacht. Autsch, dann bist du wohl nicht gerade ein Fan. Ah, da hast du allerdings recht, Fellnase. Ich hatte mir gerade Fresschen für drei Tage geschnappt, als er aufgetaucht ist und alles ruiniert hat. Oh, dann bist du der Sandwich-Dieb. Ist dir dabei etwas Ungewöhnliches an ihm aufgefallen? Ah, ich würde jetzt nicht Dieb sagen, Fellnase. Ja, wie dem auch sei. Ich konnte ja an ihm schnüffeln und er roch nicht wie die Leute, die hier leben. Er hatte einen anderen Geruch, was? Ah, ich weiß, wahrscheinlich hast du dir mehr versprochen, aber vielleicht wird die Info noch nützlich. Hoffe ich jedenfalls. Und wenn du das Unicefer findest, dann rieche ihm was von mir aus, Fellnase. Ich will nämlich einen Schlussstrich ziehen. Sag ihm, dass wir Hunde auch mal Hilfe brauchen, nicht nur den Menschen. Verstanden. Gebe ich so weiter. Und, Joel? Hast du etwas Nützliches herausgefunden? Laut meiner Quelle ist Redman nicht von hier. Anscheinend riecht er ganz anders. Interessant. Eine echt hündische Aussage haben wir da. Braver Junge. Also, können wir davon ausgehen, dass Redman von irgendwo anders kommt? Auch wenn er so oft im Bowden Hill auftaucht? Ja, vielleicht sollten wir unsere Ermittlungen ausweiten. Das ist quasi alles, was wir die ganze Zeit machen. Unsere Ermittlungen ausweiten. Lass mal irgendwo hinlaufen, wird schon was passieren. Lass mal kurz fünf Minuten Pause machen. Finde ich eine gute Sache. Ja. Und jetzt. Ja.